Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metro 2033. Ja, wir sind wieder in der Station und haben das nächste Lager der Faschisten, denke ich mal, gesäubert, würde ich doch sagen. Also ich glaube, da steht nichts mehr. Ja, wir erkunden jetzt das Gebiet noch ein bisschen weiter, denn meine Karte sagt eigentlich, ich muss irgendwo geradeaus da hinten hin, wo wir auch im letzten Part schon kurz waren. Aber natürlich interessiert es mich jetzt mal zu sehen, was denn hier alles noch versteckt ist. Ich hoffe mal, keine Drahtfallen. Ach, da geht es ja auch noch wohin. Habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Na gut, das will ich mir jetzt eben alles noch in Ruhe angucken. Ich hoffe, das ist kein Problem. Aber es gehört ja auch dazu. Warum nicht? Ach, okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind, oder? Obwohl, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nee, hier unten war ich noch nicht. Glaube ich. Doch, hier war ich schon. Doch, hier war ich schon. Okay. Aber ich habe irgendwie die Leute noch nicht untersucht, oder zumindest noch nicht alle gefunden. Kein Wunder bei so vielen. Na ja, das prüfen wir jetzt noch mal kurz, aber ich glaube, das war es hier. Ja. Okay. Äh, ja, da ging noch ein Schacht oder sowas weg da unten. Jetzt will ich natürlich noch kurz da hoch gucken. Ach so, dann sind wir hier. Verstehe. Dann sind wir hier. Und da geht es auch noch weiter, oder was? Na, mal sehen, was uns da noch erwartet. Könnten sie auch wieder mit Fallen abgesichert haben, oder so. Wieder eine Luftdruckwaffe, aber... Ich bleibe nach wie vor... bei meiner... automatischen Schotflinte. Gut. Ich setze mal das Nachtgerät wieder auf. Verdammt. Und hier geht es auch weiter, oder was? Tatsächlich. Mist. Ja, der hat den Kugelsichere Weste auf. Das... zieht nichts. Wenn ich da rauf schieße. Das ist echt fies. Ach, komm. Gemein. Da ist noch einer. Ja. Aber dich habe ich jetzt erwischt, oder? Ja. Gut, dann geht es hier weiter. Aber ich frage mich dann, was ist der andere Weg, den ich noch gesehen habe. Nein, hat nicht gesessen. Ähm, ja. Gut. Also ich bin jetzt so irre und lasse auch dieses Lager erst mal... kurz beiseite. Hier will ich noch kurz gucken, aber da geht es ja schließlich auch wieder... hier hin. Vielleicht treffe ich ja noch kurz ein. Je weniger, desto besser. Ah. Oh je. Gefährlich. Sehr gefährlich. Und ich sehe jetzt auch keinen... Okay. Ich gehe noch mal kurz zurück. Tut mir leid. Aber ich will natürlich alles gesehen haben. Es gibt noch zwei... Plätze, die ich noch erkunden will. Da war ich noch nicht. Und ja, warum sollen wir uns das nicht ansehen? So. Also dann, zack, zack, wieder zurück. Das ist zum einen hier diese Stelle, diese aufgebrochene. Und es ist noch ein anderer Platz, den ich noch kurz checken will. Ähm. Da müssen wir aber leider ein bisschen weiter zurücklaufen, glaube ich. Oder? Jetzt ist immerhin wieder alles frei. Sollten wir auch keine Probleme haben, dass hier was auf uns wartet. Gut, hier lang. Und hier weiter. Gut. Denn ich sage mal, das Lager, das war ja... Hier hinten irgendwo, oder? Und ja, da habe ich noch gar nicht geguckt, was hier so alles auf mich lauert. Da sehe ich zum Beispiel... Einen... Waggon. Und den haben wir doch noch nicht gesehen, oder? Weil allmählich kenne ich mich bald nicht mehr aus. Also das ist... Doch etwas größer, das Ganze. Eine Luftdruckwaffe, okay. Vielleicht war ich ja auch doch schon. Ich kann das nicht mehr sagen. Da geht's auch noch runter. Och, Mann. Das ist... Ist so verwirrend. Was ist hier? Kisten. Kisten, Kisten. Kann ich hier irgendwie... Was einsammeln? Oder hier hin? Tatsächlich. Tatsächlich, ich komme hier noch hin. Aber... Ein paar Bücher nur. Und sonst, ja... Nichts. Hat wohl einer sich zum Lesen zurückgezogen. Aber schön, dass wir das noch gesehen haben, würde ich doch sagen. Gut. Da unten geht's noch weiter. Also das ist ja verdammt groß. Und einmal sehen, wo... Der Weg noch hinführt. Okay, da sind wir hier wieder. Okay, okay. Dann gucken wir noch kurz weiter. Aber ich glaube, da... Ist sonst nichts mehr. Nein. Da hätten wir sie... Ein bisschen umgehen können. Jetzt bin ich hier schon wieder gelandet. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, nicht von oben, sondern von unten... Sie zu überraschen und zu attackieren. Und ich glaube, das ist der Weg, den ich gemeint habe, den ich noch erkunden will, oder? Ich weiß gerade nicht. Nein, jetzt bin ich... Jetzt bin ich hier wieder gelandet. Ich dachte, da wäre noch ein anderer Weg. Ach, egal. Ich will hier noch gucken, dass... Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Und wir brauchen dazu die Gastmaske. Die setze ich auch gleich auf. Aber ich bin mal wieder ein bisschen sparsamer. Gut, der hat schon hinter sich... Wow. Okay. Ach, nur noch zwei Masken, ehrlich. Naja. Gut. Wir rüsten zur Schrotwaffe. Und hier unten, wir haben schon gehört... Sind ein paar Monster. Das war's schon. Nein, hier geht's weiter. Mal gucken. Da. Okay. Da geht's schon wieder hoch, oder was? Naja, da konnten wir sie wohl auch bloß... bisschen austricksen, bisschen umgehen. Ähm. Oh, und ich glaube, das ist gar nicht mal so uninteressant, wo wir jetzt hingekommen sind. Wenn ich mich nicht täusche. Na, mal gucken. Wir bleiben auf jeden Fall... Auf der Hude. Ja, besonders wenn ich da schon wieder diese ausgelegten Glassplitter sehe. Gut, Lampe ist aus. Aber wir sind auch mitten im Licht, also... Na ja. Sollten auf der Hude sein. Ich glaube auch, wir haben jetzt schon ein gutes Stück von dem Spiel geschafft. Also vielleicht geht das... Ich glaube, es geht gar nicht mehr so lange. So, mal Schraub plündern, natürlich. Hat niemand gesehen von euch, ja? Ja, es geht gar nicht mehr so lange, glaube ich. Aber ich sehe nichts. Okay, da geht's raus. Sieht ja cool aus. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Natürlich, hier war... Unser verbündeter Freund, der uns da gerettet hat. Ja, lange hat es gedauert, bis wir hier hingekommen sind. Kann ich verstehen, dass er nicht auf uns warten wollte. Ja, schon wieder Glassplitter. Ich muss mich unbedingt besser umgucken. Das möchte ich natürlich schon ausnutzen, wenn sie... noch nicht wissen, wo ich bin. Ich denke mal, die sind noch ein bisschen weiter weg, oder? Mach das Licht aus. Mach das Nachtsichtgerät an. Uh. Äh. Hey. Das wollte ich schon immer mal machen. Gut, äh, wir nutzen jetzt den ruhigen Moment. Um natürlich das wieder aufzuladen. Na komm. Ja, wenn das so im rechten Moment natürlich ausgeht, das wäre wirklich schlecht. Gut, steckt das Ding weg. Waffe her, weiter geht's. Eins sehe ich noch, der... läuft hier rum. Hier sind Toiletten. Toiletten. Ich hoffe mal, da haben sie keine Glassplitter ausgelegt. Also irgendwann... ist Schluss mit lustig. Ein paar Glasflaschen. Ah, da... hat sich wohl einer ein bisschen... vollgesoffen. Ja. Herrlich. Gut. Na, was seid ihr denn? Da sehe ich was. Oder? Nein. Einbildungen. Okay. Naja, schön langsam. Mal sehen. Äh, ich höre was. Was leuchtet denn hier so? Ach, da ist eine Lampe, okay. Kann ich nicht so ohne weiteres auslöschen. Dann lassen wir es halt. Na gut, sie haben mich noch nicht gesehen. Von der anderen Seite sind wir gekommen, habe ich gerade gemerkt. Ähm. Das können wir doch eigentlich ausnutzen. Ja. Ja. Einen haben wir erledigt. Der andere, glaube ich, weiß auch noch nicht, wo wir sind, oder? Da ist er. Aber der leuchtet gerade... Nein, 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 nein. Hui, das war knapp. Das war sehr knapp. Aber zum Glück habe ich ihn wenigstens noch erledigt. Gut. Durchatmen und weiter. Ich hoffe mal, das war's jetzt hier. Aber ich denke schon. Und vielleicht geht's hier weiter, wer weiß. Äh, weg mit dem blöden 80-Gräpt. Gut. Mal kurz aufladen bei der Gelegenheit. Und währenddessen können wir ja Munition einsacken. Ja, könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr so von dem Spiel haltet und was, sag mal, so eure Lieblingsstellen sind. Ob das eher so dieses Gekämpfe ist oder die Metrostation, die Außenareale. Wäre mal interessant zu hören. Ich muss ja sagen, diese Kämpfe, ja... Ja, das gehört halt dazu und... Äh, okay. Gehört halt dazu und okay, ich sag mal, das bin ich mir auch bewusst. Aber ich sag mal, diesen, ja, Shooter macht einfach diese Atmosphäre aus. Diese Umgebung, wenn man überlegt, wie rau und ungemütlich zum Beispiel die Außenareale sind mit dieser Gasmaske. Und überall sind Monster und hat nur begrenzt Filter und so. Also, das ist schon eine beklemmende, aber doch irgendwie geile, äh, ja, Atmosphäre, sag ich mal. Und auch hier drin, äh, weiß ich die... Besonders die Gespräche, die sie in der Metrostation führen, immer sehr zu schätzen. Also, ich find das richtig geil und da nehm ich mir auch gerne Zeit, äh, mir das einfach anzuhören, wenn sie schon sowas im Spiel einbauen. Okay. Naja, und die Kämpfe mit den Mutanten. Ist natürlich so eine Sache, was man da am besten vorziehen soll. Mit den Menschen ist das natürlich nicht einfach, die können auf einen schießen, die sind nicht ganz doof in der Birne. Und können dich ja schneller töten, als der lieb ist. Okay, da geht's runter. Aber, naja, es ist nicht ganz so schlimm. Was mich natürlich ein bisschen stört, sind bei den, äh, Mutanten, dass sie gerne mal unbegrenzt auftauchen. Das ist natürlich schon ärgerlich, wenn die Munition, ja, einfach so verpulvert wird. Aber egal. Die Kämpfe mit den Mutanten sind natürlich auch sehr spannend und gehören ja besonders zu diesem Spiel dazu. So, jetzt sind wir wieder irgendwo unten. Wir haben noch einen Filter bekommen, sehr gut. Gehen wir mal weiter. Na, ich muss nochmal kurz die Gasmaske zücken. Zwei Filter noch, Mann, das wird immer weniger und weniger. Also, ich muss unbedingt welche kaufen. Und hier wurde schon mal so eine Falle ausgelöst. Ach, böse. Ganz böse. Also, wenn sie das nicht hingebaut hätten, wer weiß, ob man das, äh, ob man die sieht. Also, das hätten sie vielleicht so weglassen können. Ich glaube, da würde jeder reinlaufen. Ich vermutlich auch. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Na, ich höre was. Und ich sehe nichts. Kann sein, dass die Nassilis bald wieder auftauchen. Auch hier noch ein paar Tote. Und, was ist hier? Nichts, okay. Ich glaube, ich kann die Gasmaske wieder weglegen, oder? Na? Ach, du sollst nicht den Filter wechseln, du sollst die Maske weglegen. Jetzt glaube ich habe ich in den Filter verschwendet oder so, ich weiß nicht. Oder du musst dir ausgerechnet jetzt, ähm, wechseln. Egal. So, also es sieht jetzt nicht gerade monsterhaft aus. Aber, naja, mal gucken, was auf uns lauert. Vielleicht auch gar nichts, wer weiß. Kann ja auch mal ruhig sein. Die dezente Musik genießen. Ich hoffe, ihr hört die auch. Also, wenn nicht, dann müsst ihr mir was natürlich schreiben. Dann drehe ich sie vielleicht noch ein bisschen höher. Ja, sehr gerne. Ich wollte schon bald schießen, wie der rausgeschossen ist, aber okay. So, ja, wir setzen uns gleich. Ich will noch kurz gucken. Hier ist doch bestimmt noch was für mich versteckt, oder? Nein, wirklich nicht, schade. Aber immerhin, da haben wir ihn wieder getroffen. Einen Verbündeten. So, ist hier noch was für mich? Äh, wieder reingucken. Nein. Dann würde ich sagen, genießen wir doch einfach mal. Ups, Verzeihung. Tieffahrt. Das ist nicht nur mutanten, поверь mir. Das ist etwas Neues. Das etwas Schmerz. Schmerz. Okay. 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 Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Игорь, да? Игорь. Freue ich schon mal drauf. Bis zum nächsten Part von Metro 2033.